Verlobte Susie Frayn anfassen. Hat er nicht schon genug Frauen angefasst? Hören Sie, Sie waren 20 Jahre zusammen. Er hat ihr nie was getan. Und Sie will diesen intimen Besuch? Sie hat deswegen angerufen. Jeder Topf hat einen Deckel. Wunderbar. Sie wissen, wie das aussieht, wenn es rauskommt, oder? Yates ist bereits dran wegen mehrfacher Vergewaltigung und Mordes. Und jetzt will er Hinweise auf Verbrechen gegen intime Besuche tauschen. Wenn Yates die Wahrheit sagt, könnte es noch einen Serienkiller geben. Treffen Sie Ihre Wahl, Kauflang. Meinetwegen. Bringen Sie die Verlobte ins Gefängnis zu diesem Besuch und hinterher befragen Sie die beiden und wehe, wenn Sie nicht recht haben, Rollins.